Willkommen zurück zu Far Cry 4. Let's play! Okay. Ähm, ja. Alles klar. Dann... Erstmal gucken, ob hier was ist. Das sieht aber beinahe nett so aus. Go slowly. Es scheint aber auch niemand zu bewachen. Okay. Cool. Dann nix hierin. Hey! Damaste. It's me. Ja, ne? Warum seid ihr hier und beklettert den Turm mit? B-Klettert. Nix wie hoch. Zack. Was war das? Okay. So weit, so gut. Hoffentlich nicht noch mehr davon. Oh, ne, echt. Was zur fucking Hölle. Das klappt doch nie. Oh, fuck. Echt jetzt. What the fuck? What? Damaste. Gut, da drüben geht's auch hoch, glaub ich. Wären wir da hinkommen. Ja, okay. Oder? Geht's hier hoch? Ach, warum nicht? Come on! Alter! Wo? Noch Fragen? Great. What? Das ist ja fürchterlich hier. Okay, dann. Ah, da können wir drüber balancieren. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah! Der Turm, der macht mich echt fertig. Wie geht's weiter? I don't know, I don't know. What the hell is this? What? Hier hoch? Da durch. Oh, Gott. Der Turm ist hart. Also, das ist schon nicht mal ganz so lustig. Oh, nee, nee. Pagan Min will nur, dass der Wetter für Kürer ist. Pagan Min soll sterben. Alright. Oh, no. Oh, no. Ähm. Ähm. Die aus dem Arsch scheinen, ja. Oh, Gott. Ich hasse das. Oh, Gott. Wagt, dich runterzufallen. Okay. Oh, Gott. Warum? Warum? Tust du mir das an? Spiel. What the fuck? La 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 la. Ah. Okay. Kuscheln. Und dann nichts wie hoch hier. Hoffentlich. Komm. Gott. Gott sei Dank. Hoffentlich sind wir jetzt oben. Was? 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 What is going on down there? I don't know. Nichts wie hoch. Oh, thank God. Ja, ja. So, und jetzt runtergefallen. Bam. Nee. Okay. Cool. Finally. Whoa. 7 von 17. Sehr schön. Hey. Ja, da war ich doch schon. Oder? Gefahren Sprint. Ui. Cool. Okay. Das war ja wohl meine Ansage. Kostenlos am Handelsposten. Sehr schön. Dann bekrabbeln wir jetzt erstmal noch alles, was es hier so gibt. Sehr wahrscheinlich. Oder auch nicht, weil das war's. Gut. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme die Abkürzung nach unten. See ya. Okay. Das war's schon mal. Gut. Jetzt seh wir hier nämlich auch mehr. Was ist das denn jetzt hier? Maske von Jarlung. Von einem Serienmörder. Entferne und zerstöre sie. Okay. Ja, das machen wir doch glatt. Machen wir das mal. Besorgen uns erstmal ein Fahrzeug. Da ist er eins. Dann fahren wir mal dahin. Ist das nicht sogar meins? Ne. Ist das andere. Okay. Und ab dafür. Wey. Ah. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Geht mir nur aus dem Weg. Danke. Tschüss. Was? Warum ist der Weg jetzt weg? What the fuck ist das? Die Maske bewegt sich. Was ist das? What? Okay. Nein. Ja klar, da bin ich ja eben durchgenutzt. Ah, du Scheiße. Meine Fahrskills. Wahnsinn. So, da lang. Ah. Yee. Ah. What? Okay, nehmen wir das nächste Auto. Was ist das? Ein alter Golf. Ab dafür. Yes. Ja, ja. Ignore that. Und weiter geht's. Hey. Der Robbie Rayrunner. Der Robbie Rayrunner. Der Robbie Rayrunner. Das weiß. Das heißt, meine Show hat jetzt mehr Zuhörer als jemals zuvor. Ich kann's kaum glauben. Ich meine, wir wachsen so schnell und ihr, ihr Zuhörer, ihr Neuen, die ihr diese Sendung zum ersten Mal hört. Ihr seid meine Belohnung. Ja, das hätte ich mir gerne noch zu Ende angehört, aber wir gucken uns hier erst mal um. Wo ist die Maske? Wo? Ja, ich komme. Wo ist die Maske? Yay. Yay. Hi. Ach, ihr seid doch alle tot. Handy. Nice. Handy gefunden. Wer von euch schlümpfen hat die Maske, hä? Hä? Gib sie mir. Gib sie mir. Nein. Du? Nein. Shama Salsa Productions. Der Unterzeichnete stimmt zu, Shama Salsa Productions, für keinerlei Schäden an Fahrzeugen oder Personen vor. Während und nach den Filmaufnahmen, den Vorbereitungen der Nachbearbeitung für die oben erwähnte Filmgesellschaft oder ihre Tochter und Partnerfirmen verantwortlich zu machen. Und unterzeichnet Internationale Filmgesellschaft von Kürat. Ja, die hat's ja wohl zerlegt, die Jungs. Ich suche trotzdem die Maske. Was geht ab? Ist sie überhaupt noch hier, ja? Na, wisst ihr. Okay. Warum suche ich eigentlich automatisch unter der Brücke? Die ist bestimmt obendrauf oder so. Gucken wir mal. Also der genaue Punkt der Maske ist hinter uns. Da. Oder wie sehe ich das? Ja, da. Maybe. Hier. Aber sie kann im ganzen Gebiet verteilt sein. Also. Lundsen wir doch einfach mal. Karma Ereignis. Tier an Griff. Okay. Auftauen. Oh. Die muss hier unter Wasser sein oder so. I'm not sure about that. Wo ist die Maske? Die ist bestimmt winzig, ja? Und ich muss die hier suchen. Was? Was ist denn das? Ich seh gar nichts. What? Nope. Da ist sie nicht. Au. Fuck you. Kommt herauf. Und dann. Wo ist der Fisch? Komm her. Der hat die doch 100 pro. Jawohl. Komm. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn schon. Ach, leck. Wenn das machen wir es wie immer. Ne, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Ach, jetzt habe ich wieder alle auf mich aufmerksam gemacht. Das war natürlich dumm. Naja, kommt nimmer. Kommt ihr nur. Where? Ah, da. Der andere. Ist hier irgendwo. Ich schieße einfach mal auf gut Glück da hoch. Nein? Na gut. Ich wollte nur den Fisch da haben. Was ist das denn? Hi. Bleib stehen. Wo rennt er denn hin? Was ist denn mit dem? Ach, soll ich verpissen. Gut. Da ist der Fisch. Komm. Fisch. Wo bist du? Da bist du ja. Habe ich ihn erwischt? Okay. Mh. Alter. Sau schlecht. Komm her. Ach, der hat nichts dabei. Gut, schauen wir mal, ob wir den Fisch gekillt haben. Irgendwie nicht. Shit. Wo ist denn? Der hat die Maske, ich sag's dir. Der hat die Maske. Wo ist er? Oder haben wir doch weggepächt? I'm not sure about that. Ach, AJ. Bleib doch mal geschmeidig, ne? Ich hab nicht die geringste Ahnung, wo die Maske sein soll. Oh. There you are. Komm hierher. Ich muss hier nur Agro machen. Ja. Komm her. Komm her. Drecksfisch. Oh, ich hab keine Heilspritsen mehr da. Shit. Ich versuch's mal von oben. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich seh ja nichts von hier. Ah, jetzt kann ich mich krabbeln. Na toll. Kirati Royale. Irgendwas. Ah. Okay. Kletterhagen. Und ab dafür. Ab dafür. Da sind ein paar. Bleib unten. So sieht's aus. Wo ist der Rest von euch Noobs? Da sind noch zwei. Au. Du brauchst Hilfe. Das stimmt. Allerdings. So sieht's aus. Alright. Bekrabbeln. Konfliktdiamant. Auch bekrabbeln. Reverse Nadel. Dich auch. Komm. Mun ciao. What? Oh, scheiß Dachse ey. Wie sind die denn drauf? Was ist das? Echt mal jetzt. Komm. Heilen. Okay, komm. Dann gehen wir jetzt erstmal. Auf die Brücke. Und gucken mal, ob wir den Fisch von da oben erwischen. Was zur Hölle. Drecksfisch. Fisch. Von hier müssen wir ja auf jeden Fall besser sehen. Da ist er. Boom. Hat's ihn zerlegt. Okay. Cool. Egal. Ich geh jetzt trotzdem nochmal da runter. Bergrunnerrutsche. Und dann. Ey, der lebt ja noch. Scheiße. Ich dachte, der wär tot. What is this? Ja, super. Jetzt bin ich hier runtergerutscht. Na gut. Komm. Gehen wir mal da rüber. Ernsthaft. Warum lebt er denn noch? Das kann doch nicht wahr sein. Hier komme ich auch leichter wieder hoch. So. Zumindest sieht's aus. Ja. Komm her. Drecksfisch. Da ist er. Also wenn's ihn jetzt nicht zerlegt hat. Er ist komplett weg. Also der hat mit der Maske anscheinend nichts zu tun. Fuck it. Gut. Jetzt hab ich hier natürlich die ganze Zeit rumgepimmelt. Egal. Dann holen wir uns doch mal. Hier irgendwo so einen Ort. Das wär nicht schlecht. Was zur Hölle. Internationaler Flughafen. Den einzunehmen wär natürlich überragend. Aber wir holen mal das Trainingsgelände hier. Das klingt lustig. Funny as hell. Was? Du was zum. Was? Wie das? Au! Au! Hell no. Meine Fresse. Voll mit dem Raketewerfer in die Fresse geschossen. Zum Glück hab ich's überlebt. Wie auch genau. Ja. Okay. Los. Loot that shit. Alter Pornote. Tag ist gerettet. So. Jetzt hauen wir hier erstmal ab. Nach der Maske müssen wir dann später suchen. Und ab dafür. Ja. Yeehaw. What the. Ah. Damn it. Ja. Die hab ich eben außer Gefecht gesetzt. Halt's Maul. Alright. Alter. Okay. Meine Güte. Wie sind die denn drauf? Erstmal gebremst und dann kaputt gemacht. Der Raketewerfer. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Den behalten wir natürlich nicht, aber das ist schon mal der Wahnsinn. Okay. Cool. Weiter geht's. Dann gucken wir uns das doch mal an. Da in 300 Metern. Der sieht nicht so freundlich aus. Was für Geisel nix erschieße. Wird nix erschossen. Penis. Au. Okay. Du hast nicht anders gewollt. Hat sie es erlegt? Nee. Der lebt noch. Ach ja? I don't think so. So sieht's aus. Hahaha. Alright. Komm. Einer von euch muss doch mal ne Spritze dabei haben. Oder wat? Komm. Ich glaube jetzt wär's auch suboptimal da eigentlich anzugreifen. Vielleicht aber auch nicht. Es kommt halt drauf an, wie viel Munition wir haben. Die sehen eigentlich noch relativ human aus. Und tschüss. Tschüss. Komm an. Da ist es. 100 Meter. 150 Meter vor uns. Ich könnte jetzt natürlich einfach da rein cruisen. Ich kann's aber auch lassen. So. Jetzt lunsen wir doch erstmal da rein. Da können wir uns eine höhere Position besorgen. Das ist gut. Das machen wir doch erstmal. Um eben erstmal das auszuspionieren. Was war das? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da oben können wir bestimmt was reißen. Come on. Let's buy that. Gucken wir mal. Okay. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video dahinter. Lasst mir immer Kommentare und Likes. Wir sehen uns. Uuuu. Uuuu.